Herr Röckermann, da ist es noch keine zwei Wochen her, da haben wir zusammen gestanden in der Nordkurve, haben uns gefreut, wir haben einen deutschen Meister, und wenn ich Sie jetzt ganz persönlich fragen darf, und jetzt? Was diese Mannschaft geschafft hat, ist natürlich unglaublich. Ich weiß noch, dass wir nach der Meisterschaft am Stadion zusammengestanden haben, ich glaube, es hat genauso gerechnet wie jetzt. Wir haben uns über die Meisterschaft gefreut und gedacht, okay, das war's jetzt. Und dann kam der Pokalsieg, und wir sind von London gefahren. Und sind mit dem Triple nach Hause gekommen, und das ist etwas, das muss Bayern München erstmal nachmachen. Und wir geben die Frage gleich weiter. Und dann kam das schon. Es kamen die großen Glückwünsche. Selbst die Bundeskanzlerin sagte recht herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt man sich da als Stadt Wolfsburg? Ja, natürlich, ganz große Klasse, aber der beste Glückwunsch seid ihr heute, die hier bei dem Wetter hier auf die Mannschaft beantwortet. Das ist viel wichtiger auch für die Mannschaft, glaube ich, als alles andere. So eine Fangemeinde brauchen die Frauen, sie haben sie auch verdient. Herr Richter, wir machen gleich ein bisschen sportlich weiter. Jetzt hat man natürlich einen Trippel. Man hat die Tite. Wie geht's jetzt weiter sportlich? Was muss man? Viele Sachen verändern? Ja, was wir versuchen wollen, ist immer so eine Leistung abzuliefern. Was niemand voraussagen kann, ist, wie viel dieser Titel wir verteidigen können. Was wir aber sagen können, ist, dass wir alles tun, um so weit wie möglich zu kommen. Wir wollen immer besser werden, wir wollen immer bessere Leistungen abliefern, und darauf können sich alle Fans verlassen. Herr Ross, was kann man als Stadt noch dazu tun, damit auch die Frauen, die Wölfinnen, besser werden? Ja, wir werden jetzt nächste Woche mit einem neuen Stadion beginnen, wo die Frauen dann noch ein Stadion haben, was hoffentlich mit 4.000, 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern häufig gefüllt ist und eine tolle Stimmung machen. Und dann werden die Frauen ihre Leistung auch bringen. Ich glaube, das ist die Stelle. Wir wollen uns recht herzlich bedanken bei Thomas Röttgemann und Klaus Moos. Bei der Oberbürgermeister geht jetzt rein, weil der hat jetzt eine große Aufgabe gleich. Und wir... Und wir... Untertitelung des ZDF, 2020